Hallo und willkommen zu einem Beispiel zu Lego. Legosteine sind Bausteine aus Kunststoff, die von einem dänischen Unternehmer produziert werden. Am 80. Jahrestag der Gründung des Unternehmens gab es auf der Welt etwa 564,6 Milliarden Legosteine. Kreuzen Sie diejenige Zahl an, die nicht diesem Wert entspricht. Also, starten wir mit der Zahl 564,6 Milliarden. Wir sollen unter diesen 5 Zahlen diejenige herausfinden, die nicht dieser Darstellung der Zahl entspricht. Milliarden oder 10 hoch 9. Nein, das heißt, eine mögliche Darstellung dieser Zahl wäre 564,6 mal 10 hoch 9. Und diese Darstellung finden wir hier. Die stimmt also, ist also nicht unsere falsche, die wir suchen. Versuchen wir auch, die anderen Zehnerpotenzen noch herzustellen, die in dieser Tabelle sind. 564,6 mal 10 hoch 9 versuchen wir nun als Zehnerpotenz 10 hoch 10 anzuschreiben. Dazu müssen wir nur dieses Komma um eine Stelle nach vorrücken. 564,6 mal 10 hoch 9 wäre dasselbe wie 56,46 mal 10 hoch 10. Auch das ist eine Darstellung, die wir in dieser Tabelle finden. Auch diese Darstellung ist korrekt und somit nicht unsere gesuchte. Die nächste Zehnerpotenz, die nächste höhere Zehnerpotenz, die wir versuchen zu erzeugen, 10 hoch 12. Dazu müssen wir das Komma um weitere zwei Stellen nach vorrücken. Und wir gelangen zur Darstellung 0,5646 mal 10 hoch 12. Auch das ist immer noch dieselbe Zahl. Und auch das ist eine der Darstellungen, die wir hier in dieser Tabelle haben. Bleiben noch die beiden letzten Darstellungen mit den Zehnerpotenzen 10 hoch 7 bzw. 10 hoch 5. Wollen wir kleinere Zehnerpotenzen erzeugen, so rücken wir das Komma dementsprechend nach rechts. Also Ausgangspunkt 564,6 mal 10 hoch 9. Ich möchte das in die Darstellung einer Zehnerpotenz 10 hoch 7 überführen und verschiebe das Komma um zwei Stellen, wobei nur eine Stelle möglich ist. Und dann kommt noch ein Nuller dazu, 56.460 mal 10 hoch 7. Auch das ist eine Darstellung, die wir in dieser Tabelle finden. Also auch die ist richtig. Unsere falsche muss wohl also die letzte sein. Wobei überprüfen wir das noch. Verwandeln wir jetzt diese Darstellung mit der Zehnerpotenz 10 hoch 7 in eine Darstellung mit der Zehnerpotenz 10 hoch 5. So müssen wir zwei weitere Nuller anhängen, um die Zehnerpotenz 10 hoch 5 zu erzeugen. Wir gelangen also zur Zahl 5.646.000 und wir sehen hier in dieser Zahl ist ein Nuller zu wenig. Also tatsächlich die falsche anzukreuzende Antwort ist die letzte. Das ist ein Nuller zu wenig.